Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit meinem verdopten Super Slate, Alex. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, haben wir heute eine Pantomime-Challenge vor. Wir haben jeweils drei Wörter, die wir dem anderen vormachen werden. Für die, die jetzt gerade nicht so auf dem Laufen sind, was Pantomime ist, das ist einfach da, stellt man mit Gestik dar, was das Wort sein soll. Man darf nicht sprechen und auch keine Geräusche machen. Und das muss dann der andere halt dann erraten. Und der Verlierer heute, der muss was Ekliges machen. Also ich, wenn Alex verliert, suche ich die Bestrafung aus. Und wenn ich verliere, sucht er für mich aus, was ich dann mache. Oder esse, keine Ahnung was. Und genau. Das wird schön. So, genau. Das war es dann. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich schon mal an mit dem Video. Viel Spaß. Sprung, weitsprung, karate, gegen die Laterne laufen. Achtung. Nee. Ja. Salto, rückwärts Überschlag. Eislaufen. Ausrutschen. Ausrutschen. Bauchweh. Krämpfe. Geburt. Alte Oma. Ach du Scheiße. Wuntanfall. Dragon Ball. Wehe. singe, ähm, schreien, schmerzen, Liebe, Kreis, äh. Halk. Kreis, zahl. Haaren, äh. Titanic. Viereck. Viereck. Handy. Ja. Haben ich es gehaumt? Ja. Gut. Viereck. Ähm. Kasten. Ähm. Ähm. Leinwand. Bild. Gemälde. Pinsel. Farbe. Künstler. Äh, äh. Leinwand, hab ich doch gesagt. Äh, äh. Was soll das darstellen? Also die macht wirklich ganz komische Verrenkungen hier. Ähm, Gymna... Ist das eine neue Art von Gymnastik vielleicht? Ähm, ähm, ähm. Gemälde... Ne, hatte ich schon. Ah, verdammt. Zeichnen. Das nennst du Zeichnen? Zeichnen halt. Zeichnen, Zeichnen. Wie zeichnest du bitte? Wie nimmst du Zeichnenstifte in die Hand und zeichnest? Das war auf Randalmation, aber ich hab gezeichnet. Das da war definitiv nicht Zeichnen. Das war Maren. Ähm. Ha. Ähm. Hm? Vier? Hm, 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 hm. Hm? Ja, ja, mach. Feier? Sauer. Hm, hm. Hm, hm. Zwei? Weinen. Hm, hm. Hm, hm. Drei? Jubeln! Ja. Hm, hm, hm. Wettstreit, Boxkampf, Fußball, vier Personen, vier, äh, drei, sorry, drei, verdammt, was war's? Emotionen. Tor, Weinschuss, Trippeln, Fußballer, Trauer, Weinen, Verlust, Verloren, Freude, Schiedsrichter, Fußballspiel. Rote Karte, Faul, Kreis, untere Region, Norden, Osten, Süden, Westen, Süden, Italie. Brasilien. Brasilien. Alte Oma. Gehstock. Überfall. Ja. Hi. Sie hat verloren. 2-1. Oh, schön. Schön. Es war Endes Endes. Ja. Aber, wie das Schicksal so spielt, kommen wir also zu ihrer Bestrafung. Kommen wir zur Bestrafung. Es ist ein Gesangsschnitt. Man nehme ein Schottglas. Oh Gott, das ist so größer, als ich gedacht habe. Ja. Denk schon, ich mache hier halbe Sache. Äh, dann nehmen wir mal. Normalerweise mischt man Alkohol, ja. Sie bekommt es jetzt in Schottglasier pur. In Schottglasier? Ja. Es wird mir Endschrittglas, oder? Mhm. Ey, Leute. Oh, come on. Ich komme einfach gleich hierhin an die Bar und haut die Scheiße so weg. Es ist echt am einfachste. Ja. Äh. Echt jetzt? Das ist dein erster. Schweine. Warum ich gleich Schweine? Eine kurze Geschichte letztes Jahr. Ein totaler Abschluss von mir. Und was war das letzte? Es war einfach purer Wodka. Original Wodka aus Sibirien, oder so irgendwie. Aber nicht das hier aus dem Aldi. Oh, das riecht wie, als wäre ich beim Doktor. Nicht langschnagge, Kopf in den Nagel. Ja, Leute. Ich weiß nicht, was du witzig aus, wenn andere YouTuber das machen. Aber irgendwas wäre, was da steht. Tja. In einem Schluck ist es nicht so widerlich. Das ist widerlich. Klappe. Ich habe mir überlegt, dass sie vier Gläser bekommt. Ich hoffe ja, was ist die Frage denn? Vier. Allerdings muss sie nur drei davon schaffen. Oh, super. Barille. Der desinfiziert von innen. Oh, das merkt sich. Oh, das. Bekommst du warm? Oh, nee. Was ist das? Schön. Oh, das ist immer hoffentlich da. Oh, ich. Ich dachte, ich kann es immer wieder gehen. Oh, das riecht ja nur Putzmittel. Hih,唉hi. señal. Ihhh Leui. Kann mich auch drape hoy, schlug. Scheiße. Ich kann da sein. Wenn ich da einen Tipp geben darf, darf ich es nicht vorne auf der Zunge lasen. Bei Schotts, die gehen direkt in der Rache rein, dann ist es nicht so wieder nicht. Ich kann sagen, wenn er so schnell schlubbe, schlappe, ist in Ordnung. Was haben wir denn dann noch Schönes? Ist das schön, wenn man eine Mini-Bar zuhause hat. Bluchgeräusche riecht wie ein Nagelagentferner. Ein bisschen human muss ich ja schon bleiben, außerdem ist der Alke zu wertvoll dafür. Ja. Toll. Da hätte ich kleinere Schottschläser, hätte ich die auch bekommen. Oh mein Mund. Ach ja. Oh guck mal, das passt zu meiner Nagelagentferner. Das ist so ein Wegschrei. Das kannst du jederzeit abbrechen. Das ist das letzte und dann habe ich es hingekriegt. Ja, das Katze kann ich nicht. Jetzt wird er ernst. Hm? Das ist gut. Da wäre schön mit blauen Zähnen und das dann die Nacken. Wie jetzt? Das ist noch gut. Ja, das ist noch schnell drin. So mache ich gar nicht mehr. Hey Leute, das war's und ich möchte gerade leicht. Also ich merke es. Wie viele Finger halte ich schon? Drei. Also wenn euch das... Kann ich noch schwätze? Ja. Sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst ein Like. Das ist es selber. Ich übernehme die Abmoderation, ok? Wie ihr sehen könnt, ist sie total fertig. Warmes Wetter, drei Shots. Ui! Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das gehört dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Kommentiert. Wir würden uns über Kommentare freuen. Besser gesagt sie. Und teilt. Verbreitet es. Und ja, wenn euch weitere solcher Videos gefallen würden, abonniert doch. Ja, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Peace out. Tschüss.